mein und herzlich willkommen meine freunde der sonne zu einer folge von 8 pool billiard mit dabei ist sind rox hallo hallöchen ja morgens um sechs bekommen wir immer videos die nichts mit minecraft zu tun haben letztes war was happybeats jetzt dachte ich nehme ich doch einfach mal billiard auf gerade hat sind rox geschlagen ich heiße übrigens silex tedex ein sehr toller name aber irgendwie ging alles andere nicht ich weiß auch nicht warum war das ein genialer schlag ich hatte erst eine runde bisher gespielt am pc deswegen ist ein bisschen die steuerung und den schimmer gibt es ja fast 1 zu 1 so auch als handy app beziehungsweise von den gleichen machen ich habe hier halten das heißt ich habe die vollen wannung steigt oder ist so fast doppelt eingeloggt dass das wäre jetzt schön gewesen erst so ich darf sie noch nicht mal anstoßen irgendwie das ist noch mal dran ja nein als ob als ob hier kommt wieder der pro du kleiner hacker ich würde aber auch noch mal ganz gerne schlagen dürfen darfst du jetzt ihr müsst vielleicht nur wieder mal umschauen welche skin so hinterleuchtet ist hinterleuchtet ist das ein wort er war nice ganz mal auf und zu hacken bitte was ich hecke in billiard die siegte schon gerade war ja auch ein ragequit von dir hast du ja rausgeschnitten ja das habe ich rausgeschnitten ja ich hatte die ganze zeit so ja diesmal habe ich eine aufnahme bei dir und ragequitzt immer das ist ja klar aber bei mir ist es ein videobeweis ja ja und mit voller wucht und deshalb knapp da oben allerdings wäre es noch fast auch eingegangen der geht nicht also jetzt jetzt mach mal diese block hacks aus was mach ich jetzt nur luck ohne luck das musste man hier vierzehren und jetzt der nächste hör doch auf das sehe ich jetzt überhaupt nicht ein er geht nicht nein nein schwarze kugel bleibt da stehen ach schade glück gehabt oh das ist schon mal der letzte also ich glaube das sind hacks glaube ich das habe ich auch so gehört oh warte ich mache jetzt was illegal ah nee warte ah das ist jetzt natürlich die frage ach nee ich riskiere nichts hoffentlich geht die schwarze jetzt nicht rein weil dann hast du gewonnen wenn du die schwarze einlost und danach die weiße also ganz am ende dann hat der gegner gewonnen aber ich weiß jetzt nicht ob ich deine kugel anstoßen darf oder ob das in außen verstoß ist das ist echt kein stoß ja ich weiß aber du kannst ja trotzdem machen aber ich denk mal dann wäre es doch wie wenn du die weiße neiiiinnn neiiiinnn oh oh dankeschön aber warte ich platziere dich hier oben das ist am safesten so ein scheißlack neiiiinnn 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 neiiinnn 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 auch nie ach 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 das ist gerade ein bisschen traurig oder? ja es ist echt traurig und die Weiße eingeloggt das ist so lächerlich so aber jetzt, wenn ich das jetzt so kacken ne ganz ehrlich das war wieder sowas von klar voll gesinstabend so unfair so unfair ex sieger ja das war ganz schön knapp da unten rechts und jetzt stopps natürlich du ab so kennen wir es ja von dir ja natürlich so kennen wir es ja ich hab die vollen schon wieder ok und du bist auch dran es geht wieder richtig gut los ich würde mal sagen wir machen immer ein best of three oder? ja oh du hast mal ein eingelog dankeschön vielen vielen dank lächerlich boah der schlag wird hässlich hässlich ich weiß nicht ob das was wird aber nicht zu stark aber nicht zu stark es kann es werden ah ne schade habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt habe ich mir echt ein bisschen anders vorgestellt aber kramp nein ok schade fast doppelt eingelog ach ja zum glück nicht auch zu schön gewesen ja es läuft gut es läuft gut ach ja was nice auf jeden fall gut gemacht schade die erste schade also gönnst mir echt den Sieg hab ich so das Gefühl äh nicht so zweiter äh die schwarz darf man auch nicht anspielen schade dritte gute spiel beste antwort auf die sehr großart ich sehe dich ganz so laut also irgendwie sind da bestechungsgelder mit drin also irgendwie auch schade ja ja wahrscheinlich wahrscheinlich oder und das soll legit sein und das soll legit sein und das soll legit sein das soll legit sein natürlich auf die aussage erstmal guter Tisch guter Tisch allein schon diese Aussage guter Tisch naja jetzt hab ich alles erschoben ah mannnn ah warum kann ich nicht einmal sagen das ist noch ne ich sehe es nicht ein ja und jetzt nur noch die schwarze Kugel und dann machst du nicht rein easy oh let's play ja das war's an diesem let's play Syntrox muss leider auch gerade weg wenn euch diese Folge gefallen hat dann würde mich auf jeden Fall sehr sehr eine Bewertung und ein Abo freuen schaut beim Syntrox dabei Link dazu findet ihr am besten Fall in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder bis dahin tschüss warte 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 warte